Es gibt eine neue Windel am Markt, der Name Comfy Cups ist schon etwas ungewöhnlich. Cups habe ich noch nie gehört, das Wort scheint es im Wörterbuch nicht zu geben, so dass es wahrscheinlich ein Eigenname ist. Sie stammt vom Hersteller Lil Comforts, den wahrscheinlich kaum jemand von euch kennt, das Unternehmen wurde von einem ABDL-Model aus den USA gegründet. Seine Bilder sind scheinbar nicht mehr online. Entweder hat er sie selbst gelöscht oder auf Instagram kann es auch sein, dass es Meta aka Facebook war. Jedenfalls hat er das Unternehmen Ende 2019 gegründet und ist seitdem am Markt, aber nur mit Mehrwegwindeln aus Stoff- und Adult-Baby-Produkten wie Schnuller, Body oder Latz. Also eher eine Nische innerhalb der ABDL. Doch Lil Comforts möchte nun aus dem reinen Adult-Baby-Bereich heraus und hat mit der Comfy Cups die erste Einwegwindel auf den Markt gebracht, die ihr auf dem Bild sehen könnt. Die Windel ist ganz frisch und erst seit wenigen Tagen verfügbar. Verschlossen wird sie per Klett, wie man auf der Nahaufnahme schon gut sehen kann. Der Klettbereich ist auch bunt bedruckt, von vorne aus gesehen sind oben links und rechts Knöpfe aufgedruckt. Darunter befindet sich eine Wiese mit Blumen, die verspielt gehalten sind und die Umrisse eines Teddybären-Eiskopf haben. Das Außenmaterial ist aus textilähnlichem Material, also keine Folie aus Plastik, wie bei den meisten ABDL-Windeln üblich. Auf der Rückseite ist die Windel stärker bedruckt mit drei Teddybären, die auch farblich gefüllt sind, also nicht nur die Umrisse darstellen. Dazu sieht man unten die Wiese, oben noch zwei Sterne. Über dem Hersteller-Logo hat sie einen blau gestreiften Rand als oberen Abschluss. Drei Größen werden angeboten, S, M und XL. Die Maße sind in Zoll angegeben, 28 Zoll bei der Größe M entsprechen etwa 71 cm, 40 Zoll sind rund 102 cm. Das ist ein üblicher Bereich, sodass euch die Windel passen sollte, wenn ihr in mehreren anderen ebenfalls gut mit M zurechtkommt. 6,5 Liter Saugleistung wird in der Beschreibung angegeben. Ob und nach welcher Norm dies ermittelt wurde, steht nicht dabei. In einer Packung sind 10 Stück enthalten, sie werden im Shop des Herstellers für 43,95 Euro pro Packung verkauft. Damit sind wir bei rund 4,40 Euro pro Stück. Soweit ich weiß ist das die erste Windel mit Cotton-Oberfläche, welche die 4-Euro-Marke knackt. Bei der Little Kings zahlte man 3,95 pro Stück. Dazu kommen noch Versandkosten, ab 100 US-Dollar Warenwert ist der Versand innerhalb der USA frei. Ins Ausland wie zum Beispiel in die EU wird ebenfalls verschickt. So wie ich die Hilfeseite verstehe, muss man hier in jedem Falle den Versand selbst bezahlen. Außerdem kommen gegebenenfalls noch Einfuhrgebühren wie Zoll dazu, je nachdem, wo ihr wohnt, kann diese Windel also sehr teuer werden. Für eine Lieferung in die EU würde man die 5-Euro-Grenze pro Windel sicher überschreiten. Selbst wenn wir das Außen verlassen, sind weit über 4 Euro für eine Windel aus meiner Sicht zu viel. Zu diesen Preisen wird es von mir keinen Praxistest geben. Ich kaufe bereits keine Peak-Abo mehr, nachdem es vom Hersteller eine massive Preiserhöhung gab. Zwar sehen die Motive der Comfy Cup schön aus und ich bin offen für Tests von Windeln mit textilähnlicher Oberfläche, aber dafür müssen diese in einem bezahlbaren Bereich liegen, wie bei den Windeln mit Folie. Daher werde ich erstmal abwarten, ob Händler aus der EU diese Windel importieren und zu welchem Preis. Sollte sie dort deutlich günstiger zu haben sein, bestelle ich eine Packung und werde einen kompletten Praxistest machen, zu dem dann ein Video auf meinem Kanal erscheint. Bis dahin habe ich mal das Web durchforstet und in einem englischen Forum ein Mitglied gefunden, der sich die Windel gekauft und sie schon ausprobiert hat. Über seine Erfahrungen hat er einen recht ausführlichen Beitrag geschrieben. Ich werde euch die aus meiner Sicht wichtigsten Dinge zusammenfassen, die darin stehen, damit ihr einen besseren Eindruck von der Windel erhaltet. Er hat die Größe M ausprobiert und lobt die hochwertige Verarbeitung, die sich auf dem Niveau von Little Kings und Arthur Gators befinden soll. Kleine Anmerkung von mir, die Little Kings ist die wohl mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Windel mit textilähnlicher Oberfläche, falls ihr diese noch nicht kennen solltet. Sie ist aber auch eine der teuersten. Zurück zum Erfahrungsbericht, Die Comfy Cups wird als sehr weich beschrieben, sowohl außen als auch innen, abgesehen von der Klebefläche. Die Farben sollen weniger kräftig und kontrastreich sein, als auf den Bildern der Webseite. Kritisiert wird die Länge, sie soll kürzer sein, als andere ABDL-Windeln in der Größe. Zwar passt sie noch, aber fühlen sich grenzwertig klein an. Zumal der Hersteller 28 bis 40 Zoll angibt und die Person bereits mit 6 und 30 Zoll das Gefühl hat, dass die Windel etwas länger sein sollte. Das hat er auch bei Abu beobachtet. Er sieht das Problem darin, dass er zwischen zwei Größen liegt, M ist ihm etwas zu knapp, L aber wiederum zu groß. Das erklärt, warum mir dies bei den ABU-Windeln bisher noch nicht aufgefallen ist, ich bin nicht im oberen Bereich der M, sondern je nach Maß in der Mitte oder sogar unten. Andere Windeln wie Megamax passen ihm durch den größeren Schnitt besser. Dies ist also ein Problem, das nur den Teil von euch betrifft, die nah zwischen den Größen liegen. Beim Preis hat er eine andere Meinung als ich, ihn stört der hohe Preis nicht und er begründet das mit den durch die Krisen der letzten Jahre gestörten Lieferketten und ihrem kleinen Markt. Das kann ich in der Tat nachvollziehen, eine Umfrage auf meinem Kanal hat gezeigt, dass nur eine sehr kleine Minderheit Windeln mit textilähnlichem Außenmaterial mag. Dennoch ist der Aufpreis extrem und ich persönlich bin nicht bereit, ihn zu tragen. Zumal langsam auch Folienwindeln deutlich teurer werden, wo dieses Argument nicht greift. Das kann man natürlich anders sehen, manche Menschen sind auch bereit, für zum Beispiel einen Porsche viel Geld auszugeben. Wie ist eure Meinung zu dieser Windel? Würdet ihr sie kaufen? Was denkt ihr über den Preis? Mich interessiert auch, wie ihr dieses Format findet, möchtet ihr mehr Videos rund um neue Windeln, die kürzlich erschienen sind oder in Zukunft noch erscheinen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für Windeln interessiert, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das Abo ist kostenlos und ihr verpasst dadurch keine neuen Videos von mir. so den nicht stimmt, isso geh缺 imbalance.